Oh genau, in der Wasch. Alles kommt? In der Wasch. Herzlich willkommen hier. Wir haben schon langsam durchgehört. Hier haben wir uns in Ruhe. Vielleicht der Polizist sogar. Der fehlt aber langsam. Trinken für Kelke. Jetzt rechts abfahren. Da fahren wir mal rechts. Da ist auch ein gleiches Ziel. Hier rein, ne? Ja. Der Hotel, ne? In 300 Metern rechts abbiegen, in die Gemeindegasse, dann links abbiegen. Hier parken Sie auch mal so oben oder so. Das ist ein Problem, genau. Ich weiß, wo es ist. Bei uns ist das nicht erlaubt. Jetzt reicht's abbiegen. Rechts. Wir machen das erstmal. Es ist Hilfe. Haben wir als Zwischenziel angegeben. Jetzt links. Das ist doch ein Gasland her. 700 Metern scharf links abbiegen. Dann haben Sie hier Zwischenziel erreicht. Ja. Das ist doch hier. Jetzt bleiben Sie. Da geht's. Dann schlaufen Sie auf. Oh Gott, da sind doch noch Plattenbauten hier. So. Vielleicht kann ich hier mal gucken. In 300 Metern Schaflinus abbiegen auf den Randhausplatz, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Jetzt Schaflinus abbiegen. Okay. Oh, da wollen wir mal gucken. Vielleicht haben Sie ja doch ein Hotel hier. Also BIPA. Hier ist ein BIPA. Grill, Optik und Grafik. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja. Jetzt links abbiegen. Vielleicht gibt es da ein Hotel, ein Atrium. Was ist das? In 60 Metern links abbiegen. Nee, Hotel sieht nicht so aus. Ja, fahren wir vor den Einbahnbahnhof. Jetzt links abbiegen. Ja, hier links rein. Einbahnstraße. Einbahn steht auch dran. Ja. In 200 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen. In die Dichtenschreinstraße. Jetzt da hinten. Dann haben Sie das mal so. Das Hotel wäre natürlich ganz gut, aber ist es nicht. Pettymark. Das ist die Bernsteinstraße und da wird sich ein Kuss finden. In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. In die Bernsteinstraße. Da sind wir schon. Jetzt den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Hier geht es ja noch ein bisschen weiter. Kein Problem. Sprit haben wir noch. 4,5 Kilometer der Straße vorliegen. Sonst übernachten wir in Wien-Favoriten. Oder wie das heißt. Da ist noch bestimmt noch eine Sozialprodukte vorliegen. Gemeindebau. Ja, guck mal hier alles mit unten. Hier noch. Oh, genau. Ist das an der Markt? Ist das eine eigene Arbeit. Komm! Tier 2. klein Depression, ganz gut. Ich würde mich überprüfen. mit größeren. �ampa auch nicht verkauft sich!